Hallo und willkommen bei Outwell. Heute mit einem Film über die Eigenschaften und Merkmale unseres neuen Elmdale 3 PA aus der Prime Air Kollektion. Ein ganz neues Modell, was es ab 2023 auf dem Markt geben wird und sicherlich eine perfekte Variante, wenn man gerade zu zweit unterwegs ist und ein kompaktes aber aufblasbares Zelt sucht. Generell ist das Zelt 4,05 m in der Gesamtlänge auf 2,50 m Breite. Was wir generell bei vielen 2023er Modellen neu gemacht haben, welches sich auch beim Elmdale widerspiegelt, ist die komplett neue Front des Zeltes. Wie man hier sehen kann, haben wir ein zusätzliches Materialdreieck angenäht, welches zum einen für Stabilisation sorgt. Das heißt, wir haben hier gerade die mitgelieferten Sturmabspannlein gar nicht befestigt. Trotz allem steht das Zelt enorm gut und ich habe dadurch einfach die Möglichkeit, vorne einen sehr, sehr schönen Raum zu schaffen. Gerade wenn ich also zu zweit unterwegs bin und ich möchte irgendwo eine Küche platzieren, irgendetwas abstellen, kann ich das ohne Probleme vorm Zelt tun. Wenn ich das nicht möchte, kann ich aber auch einfach dieses Dreieck nehmen, kann das Ganze hier zur Seite rollen und habe somit einfach ein bisschen mehr Belüftung vorne, habe somit ein etwas freieren Blick, wenn ich das möchte. Ich bin also ganz, ganz flexibel mit meiner Konfiguration des Zeltes. Auf der Seite sieht man hier natürlich auch wieder unsere Tinted Windows, die komplett abgedunkelt sind. Das heißt, ich kann von innen natürlich sehr schön nach außen schauen, aber von außen nicht direkt in das Innere des Zeltes. Ich habe somit einfach da nochmal ein bisschen mehr Privatsphäre. Das Außenzelt an sich, welches wir hier sehen, ist ein Polyestermaterial, hat 76 Gramm pro Quadratmeter Stärke, hat eine Wassersäule von 4000 Millimetern und in Verbindung mit den vertebten Nähten innen ist das Zelt natürlich komplett wasserdicht und kann ohne Probleme auch bei schlechtem Wetter verwendet und benutzt werden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt jetzt mal den Innenraum und vor allem die Fronttür an und dann schauen wir uns das Zelt noch von innen an. Bevor wir ins Innere des Zeltes gehen, sieht man auch hier unsere neue Quick and Quiet Access Door. Das heißt, das Zeltmodell ist generell schon neu für 2023. Ja, aber diese gesamte Konstruktion, die ich eben erklärt habe, beinhaltet halt auch diese Tür. Das heißt, ich kann ganz einfach ohne einen Reißverschluss zu verwenden mit einer Hand die Tür öffnen und kann somit ins Zelt rein und raus gehen. Im Innenraum unseres Elmdale 3 PA angekommen, sieht man hier auch schon die großzügig geschnittenen Fenster an den Seiten und wie eben gesehen in Kombination mit der großen Fronttür und den Moskitonetzen habe ich wirklich einen super schönen Blick vom Innenraum nach außen und ich kann wirklich hier absolut Teil der Natur sein. Man sieht auch hier schon die Konstruktion des Bodens. Das heißt, der Boden des Zeltes ist komplett mit dem Außenzelt festgenäht. Das heißt, hier sollte das Wetter mal nicht zu gut sein und es regnet, habe ich hier überhaupt kein Problem, dass mir Wasser vielleicht in den Wohnraum eintritt. In der Front befindet sich ein Reißverschluss, sodass ich hier wirklich diesen Boden einmal komplett hochziehen kann und wirklich hier in einem komplett geschlossenen Raum sitze. Im inneren Bereich befinden sich auch hier unsere Hooktracks. Das heißt, ich habe hier kleine Kederprofile an den jeweiligen Luftschläuchen verwendet, in denen ich ganz einfach mit den mitgelieferten Haken, das sind erst mal zehn Stück, die im Lieferumfang enthalten sind, brauche ich mehr, kann ich auch die noch nachbesorgen, kann ich ganz einfach hier den Haken befestigen und kann dann Lampen, Handtücher, irgendwelche Kleinigkeiten ganz einfach jeweils an diesen Hooks befestigen. Im hinteren Teil des Zeltes sieht man jetzt hier die Schlafkabine, ein Querschläfer, gerade für zwei Personen sehr, sehr gut geeignet, viel, viel Platz. Vorne sehe ich links und rechts nochmal Organisertaschen, das heißt hier in diesem Fallbeispiel haben wir einfach ein Handtuch verwendet. Wir achten wirklich darauf, dass man überall die Möglichkeiten hat, auch hier nochmal Kleinigkeiten ganz einfach zu verstauen. Die Schlafkabine selbst ist eine abgedunkelte Schlafkabine, das heißt auch hier gerade in den Morgenstunden, wenn es hell wird, dass ich da einfach nochmal etwas vielleicht längeren und angenehmeren Schlaf habe und es nicht gleich so grell im Innenzeltbereich wird. Hier fürs Video haben wir das Ganze jetzt natürlich beleuchtet und die Tür einmal zur Seite gerollt. Auch hier in der Tür ist aber natürlich einmal ein Moskitonetz und die Tür hat natürlich auch unser Quick and Quiet System. Das heißt, ich könnte die Tür auch klassisch schließen und dann ganz einfach über diese Magnettür in die Schlafkabine rein oder raus gehen. Gerade bei einem solchen schönen kompakten Modell, wo wirklich die Schlafkabine so nah aneinander liegt, kann ich hier wirklich ganz einfach rein und oder raus gehen, ohne dass hoffentlich der Partner oder der Mitreisende das Ganze hört. Um aber natürlich auch die Belüftung zu unterstützen, würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal auf die Rückseite des Zeltes, weil man kann hier schon sehen, ich kann da durchschauen durch die Kabine. Das kann ich natürlich auch mit einem Vorhang verschließen, aber jetzt wollen wir uns mal die Lüfter auf der Rückseite anschauen. Hier sieht man die Rückseite unseres Elmdale 3 PA und natürlich extrem wichtig in einem Zelt ist die Belüftung. Wir haben über die Front schon gesprochen, die man natürlich komplett öffnen kann, aber auch hier auf der Rückseite befindet sich ein Lüfter über die gesamte Breite des Zeltes. Diesen kann ich natürlich verschließen, klassisch mit einem Reißverschluss. Den kann ich dann, wenn ich möchte, einfach öffnen, mithilfe von diesen Stegen und einem Klett die Lüftung einfach aufstellen. Gerade sollte es jetzt regnen, habe ich halt hier den Vorteil, es regnet, das Wasser läuft vom Material runter, aber es kommt trotzdem Luft in das Innenzelt. Sollte jetzt das Wetter aber sehr schön sein und ich brauche mehr Luft im Innenzelt, kann ich das Material einfach zusammenrollen, aufrollen und habe somit wirklich einen sehr, sehr schönen Luftstrom ins Zelt und aber natürlich auch klassisch ins Innenzelt. Wie eben schon besprochen, ist die Innenkabine ja abgedunkelt, das heißt, so geht natürlich nicht nur auch Luft in das Innenzelt, sondern auch Licht. Wenn ich das Ganze benötige, sollte jetzt mal nicht ganz so schöner Tag sein, habe ich einfach wirklich hier die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr Licht ins Innere zu bekommen. Ja, das war es generell mit den Eigenschaften und Merkmalen zu unserem Elmdale 3 PA aus der Prime Air Kollektion. Wichtig zu sagen ist auch noch, dass es dieses Zelt in einer Nummer größer gibt, dem Elmdale 5 PA, wo wir für euch auch ein Video bereitstellen werden. Natürlich gibt es auch für dieses Modell für uns wieder diverses optionales Zubehör, was man für das Zelt nutzen kann. Zum einen einen Teppich für den Wohninnenraum, der einfach gerade, wenn man barfuß unterwegs ist, dieses Gefühl noch mal deutlich angenehmer empfinden lässt. Ein Zelt, eine Zeltunterlage, die unter dieses eigentliche Zelt kommt, um noch mal den Zeltboden vor Abrieb oder Schmutz zu schützen. Und ein Universal Awning, also ein Zeltanbau, damit ich das Zelt A zum einen nach vorne verlängern kann. Diesen Awning kann ich dann auch vorne verschließen mit einer zusätzlichen Tür. Das ist gerade dann eine Option, wenn ich das Zelt vielleicht immer zu zweit genutzt habe, dann kommt vielleicht noch mal eine dritte Person dazu und ich brauche etwas mehr Platz. Dann ist dieser Anbau sicherlich absolut sinnvoll und es lohnt sich, das Ganze auch noch anzuschauen. Ich hoffe, das Video hilft euch etwas mit den Eigenschaften und Merkmalen weiter. Wenn ihr mehr Informationen über das Zelt oder die vergleichbaren Modelle haben wollt, dann schaut doch bitte auf outwell.com. Hier findet ihr alle Informationen rings um unser neues Elmdale 3 PA. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen und sage ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!